ja ja ein leuchter bin ich hier bei den letzten Mainz das hat ja wieder eine Zeit lang gedauert bis ich aufgenommen habe hochgeladen habe ich ganz brav Minecraft und alles andere ich weiß gar nicht was ich jetzt machen will eigentlich habe ich mal ganz spontan wieder Minecraft erst angefangen als und jetzt hat eben nicht nur wieder ganz spontan auf es sieht vielleicht dass ich neues Textabec ab und reisen um was kann ich noch erzählen ich hab dort total kein Plan ich hab auch überhaupt kein bock eigentlich denn die Hölle zu gehen doch wir gehen einfach mal wieder in die Hölle diesmal etwas organisiert oder obwohl wir nehmen einfach noch eine weitere Spitzacke und dann geht's los ich will nämlich unbedingt Glowstones haben um das Ganze etwas schöner auszuleuchten ne die Musik hört man auf gar keinen Fall so sollte man die doch schon hören oder besser hören heute hatte ich eigentlich vor den Sound anders aufzunehmen aber dann ist mir eingefallen dass ich den Sound dann nochmal total schneiden müsste und an die Videos anpassen müsste oder immer nur 15 Minuten am Stück aufnehmen und dann einen Cut setzen und darauf hatte ich eigentlich keine Lust deshalb lasse ich den Sound mal einfach so ich denke mal die Qualität ist auch so ganz okay hoffentlich frisst YouTube mir den Sound nicht wieder das macht YouTube nämlich ganz gerne also falls der Sound in meinen Videos verschwinden sollte dann bin nicht ich schuld dann ist nicht das dann schuld sondern YouTube aber ganz ehrlich manchmal denke ich mir echt so jetzt kann ich den 1 das aber ganz ehrlich wenn die mir mal einfach so den Sound fressen das finde ich nicht so toll um raus hier raus hier er überlegt um ein Gott uns die ganzen Sachen sind sogar noch da Juhu damit habe ich jetzt eigentlich nicht gerechnet um ehrlich zu sein um die soll ich den die Lava denn jetzt hier umlenken erst mal um ein Gott um ein Gott stirbt Lava stirbt meine Sachen um ein Gott ich kann mir schon wie das Blöd vor um ein Gott um ein Gott wieso bin ich so blöd dring mich nicht hier um ich hab auch ne Faskel ich seh sonst nix Hilfe also ich hab wieder den Dynamic Light Smart installiert deshalb wird es nach dem abbauen hin und wieder schwarz also wie jetzt aber gut dafür haben wir halt nicht wenn ich ne Faskel in der Hand halte und ja das war knapp ich will diese wow pass auf was du machst Lava ich mach dich sowieso schon nicht ähm also ja dafür haben wir halt nicht wenn ich ne Faskel in der Hand halte und ja ist doch eigentlich mal ganz nett wieder da ich diesen Mod ja schon mal hatte und der eigentlich sehr hilfreich war habe ich mir den jetzt einfach mal wieder installiert und ich frage mich wie das so so natürlich aussehen nein nicht natürlich so selbst gemacht und obwohl das mitten in der Hölle ist und kein normaler Mensch normalerweise in die Hölle geht und solche Glowstones macht also das ist find ich beim Text Schapek etwas unlogisch aber sonst gefällt es mir doch sehr gut ähm uh das war knapp du bringst mich nicht wieder um Lava ich kenne dich du bist böse und du willst mich umbringen aber das werde ich natürlich nicht zulassen aha ich hab dich umgebracht ähm fließt das jetzt mal ab und jetzt aha dann einmal hier ich brauch hier so ein bisschen Sicherheit einfach um nicht zu sterben weil das ist ziemlich ärgerlich besonders in der Hölle ähm ja wie stelle ich das denn jetzt an huhu ich hör auch schon Schweinesoldaten das ist ja toll ähm ja hoffentlich überleben wir das jetzt juhu und wir nehmen mal ein paar Pilze mit können wir uns eine nette Pilzsuppe machen fehlen nur noch Fote aber ganz ehrlich Wartung zur Hölle wachsen in der Hölle Pilze hm ich hab zweimal das selbe Wort in einem Satz benutzt ich bin so gut ähm gut ihr merkt es schon vielleicht ich weiß überhaupt nicht was ich quatschen soll aber naja so es wird mal sagen wir gehen auch schon wieder ein bisschen Glowstone haben wir ja schon beziehungsweise hm das ist aber lustig ach da kann man noch mehr Glowstone abwarmen ja dann dann ist es natürlich wieder was anderes wenn wir hier bleiben äh 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 sitzt am Stein du kriegst mich niemals da war ich geh jetzt nimm mich vorsichtig vor und ich passe auf hoffentlich hat man den Zug jetzt nicht gehört wie ich es hasse wenn bei mir Züge vorbeifahren ekelhaft so dann jetzt sollte die Lava eigentlich nur noch da und da kommen also können wir hier schön abbauen ähm gut wir brauchen noch ein bisschen mehr Sicherheit also würde ich mal vorschlagen hm wie machen wir das jetzt am dürfsten ähm hm am besten gar nicht wir bauen einfach mal nur die Kloster uns ab wo wir dran kommen das wäre vielleicht ein bisschen sicher da und vor allem gut für die Gesundheit ja ja die Gesundheit ist wichtig äh man ich hab die nicht bekommen das ist ja so traurig äh scheiße die armen Glowstone fallen hier drunter wie ich sonst was ui das war knapp das war knapp ich bin lieber wieder hier nahm ich hab keinen Lust mehr auf die Hölle dies böse und außerdem sieht die so scheiße aus bei uns ich mach uns mal schnell ein paar Close Drowns und dann hauen wir ab so ja jetzt drängt mich das Portal auch noch so zu so das brauchen wir nicht oh man weg mit dir ha das ist ganz allein in der Hölle ha 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 so wo sind wir hier genau das meinte ich mit ähm das hatte ich glaube ich schon gesagt dass ich am anderen Ende der Welt draus gekommen bin aber das macht ja nichts dafür gibt es ja sowas und sowas die als das ist jetzt mal lustig da zurück zu bringen niooo oh fuck niooo das mache ich jetzt nur damit wir schneller wieder zu Hause sind unser Haus war das Orangene zack da sind wir dann fly set die 1 und jetzt ist alles wieder original jetzt hören wir nur noch Schritte im Hintergrund und die Musik kommt mir so total laut vor ja so geht das ey so was wollte ich abfahren und ihr hört es die Musik ach der Song von Minecraft spielt verdrückt macht aber nix oh hallo Hundi lange nicht gesehen naja du bist ein kleiner süßer Hund aber tja ich lass dich jetzt einfach mal wieder alleine denn du bist es nicht wert haha ich hab dich jetzt voll fertig gemacht scheiße da bist du nicht dann eben nicht immer müssen sie im Weg drum sitzen naja naja sieht doch schick aus unser kleines Glashaus hier waren wir auch schon lange nicht mehr oder eigentlich wollte ich mal eine Verbindung zwischen diesen zwei Häusern machen und ich glaube sogar wenn man hier einfach hoch drückt nö schade das machen wir jetzt einfach wir brauchen eine Schaufel das ist keine Schaufel das ist ein Schwert sieht aber aus wie eine Schaufel irgendwie naja dann machen wir uns mal zwei nur so um auf Nummer sicher zu gehen so sind Schaufeln in diesem Text Schapek und für alle die es vergessen haben ich hatte das Text Schapek ja schon mal und ja einfach mal einen Tunnel durchgraben ich glaube ich verkleide die Wände auch noch mit Cobblestones damit das Ganze etwas besser aussieht wo sind unsere Fackeln da sind die äh so oder ne die Wände kann man eigentlich so lassen und jetzt sind wir unterm Haus aber so mittendrin bin ich das jetzt auch nicht machen weil so kommen wir eigentlich mitten in der Mitte raus oder so jetzt habe ich keine Axt naja hm oh man wo sind ich muss hier mal eben hoch okay hm machen wir das Ganze mal hier so 1, 2, 3 und jetzt einmal hier entlang und hier oh fail naja machen wir den Gang mal etwas breiter hier Fug naja kann man ja noch alles anpassen so und dann klettert man hier einfach hoch das ist doch schön dann bräuchten wir nur noch Leitern und eine Falltür Momentchen wo haben wir da das noch gemacht nein nicht hier äh oh so wir hatten hier doch noch gemacht ach hier zack ähm ja tun wir das mal erstmal weg das auch ähm gut ups mein letztes Holz aber natürlich haben wir noch was in unserem Supergeheimlager hier unten einfach mal einfach mal Vielen Dank.